Guten Tag, mein Name ist Juliane Köhler. Ich möchte ein paar Eindrücke beschreiben, die ich hier in diesem Send-Visor bekommen habe, in den zwei Wochen, in denen ich hier war. Ich glaube, wenn es für mich ein Paradies gibt, dann ist es das hier. Als ich hier ankam, habe ich sofort die Gerüche wahrgenommen von den vielen Pflanzen, von den Bönen, die Bäume, es ist ein tropischer Garten hier, wahnsinnig viel Frieden herrscht hier und Gelassenheit, Ruhe, es gibt einen unglaublich schönen Ausflug bis aufs Meer hinaus. Dieser Garten ist für mich wirklich so eine Art Paradies, in der ich mich komplett erholt habe. Ich kam mit einer wirklich großen Last auf den Schultern hierher und ich muss sagen, ich habe jeden Tag ein wenig von dieser Last verloren und jetzt stehe ich da und bin wirklich befreit. Und der Grund ist natürlich nicht nur der Garten, sondern auch die ganze Atmosphäre, diese ganz heilige Atmosphäre, die dieses Send-Visor hier versprüht mit seinen ganzen Mitarbeitern, den Gärtnern, den ganzen Masseurinnen vom Spa, dem Restaurant, das Management, alle arbeiten zusammen und alle verfolgen die gleiche Philosophie. Sie sind voller Liebe, voller Empathie, voller Ruhe und Wärme. Und ich habe mich hier sehr aufgehoben gefühlt. Es gibt einen professionellen ayurvedischen Arzt, bei dem ich mich am Anfang sofort aufgehoben gefühlt habe, der mir alles erklärt hat, alles gezeigt hat. Die Masseurinnen sind hochprofessionell und sehr, sehr gut. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht solche ayurvedischen Behandlungen erlebt wie hier. Das Essen ist fantastisch. Die Zimmer sind wunderschön. Und das Schönste ist aber eigentlich die ganze Atmosphäre, das Ganzheitliche. Die Menschen, alle, die hier arbeiten und sich unglaublich mit einer großen Liebe um einen kümmern und jetzt stehe ich da, habe das ganze Gewicht in meinen Schultern verloren, fühle mich leicht und glücklich, unbeschwert und kann mein Herz wieder ganz gut. Und ich bedanke mich für den ganzen Herzen, für den Stab, für den Zündersorg.